Böse, böse, böse! Nein! Achso, warte. Ah, ah, die Klappe geht ja aber zu. Hä? Wieso bin ich denn immer noch nicht schnell genug? Warum macht denn sonst niemand hier irgendwas? Scary Larry ist zurück! Moin moin Leute und herzlich willkommen auf Spiel mit mir Apps und Games und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Break in 2. Ich hab's ja schon einmal gespielt und leider gar kein Ende bekommen. Ich versuch's heute auf jeden Fall nochmal und ich möchte auf jeden Fall mindestens einmal das Spiel durchspielen. Es gibt die Kindervariante oder die als Adult, also als Erwachsener und das hab ich letztes Mal gemacht. Ihr versucht's diesmal tatsächlich mal in groß. Okay, möchte ich Medizin oder? Ach, ich würd mal lieber draufhauen. So, ich krieg hier einen Baseballschläger dazu. Das ist cool. Oh, die fahren einfach schon weg. Dann gehen wir halt auf den nächsten Umzugswagen hier. Es gibt ja verschiedene Enden. Ich möchte einfach überhaupt irgendein Ende haben. Nicht direkt das Secret, sondern Hauptsache ich komm erstmal durch. So genau weiß ich ja eh noch nicht, wie man das alles überhaupt erreicht. Und ich hab ja auch so einiges letztes Mal noch gar nicht miterlebt, was man eigentlich alles so noch kann. Ich hab auch mitbekommen, man kann eigentlich ja auch noch nach draußen gehen. Da war ich ja überhaupt nicht. Ich war ja auch eine ganze Zeit lang mit diesem Pizzatube eingeschlossen, weil ich ja unbedingt mit dem Brecheisen das Schloss öffnen musste. Wenn ihr das alles noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall nochmal in das erste Video rein. Und während wir hier gerade warten, kommt... Okay, wir fahren jetzt doch los. Aber egal, ich sag's trotzdem. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst für mich auch einen Daumen nach oben da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und schreibt auch vielleicht noch ein paar Tipps in die Kommentare. Bam, bam, bam. Ich schlag schon direkt, Leute, mit meinem Baseball. Aber das sollte ich eigentlich gar nicht tun. Das sind ja alles meine Freunde hier. Ganz viele Kinder dabei. Draußen sein, mach dich langsam. Ich weiß. Dieses Mal versuche ich auch ein bisschen mehr auf Schnelligkeit zu gehen, weil was das letzte Mal bei mir problematisch war, ich hatte zwar viel Stärke, aber ich war nicht schnell. Und diese Lava kam halt super schnell und hat mich ein paar Mal erwischt. Und auch die Stacheln, die aus dem Boden kamen. Dafür hätte man auch noch schneller sein müssen. Ich habe ja gar nicht in Schnelligkeit investiert. Ich versuche vielleicht ein bisschen gleichmäßig irgendwie zu trainieren, dass ich gleichmäßig schnell und stark bin. Aber ich versuche trotzdem ein bisschen mehr auf Schnelligkeit diesmal zu gehen. Zwardo-Fütterungsanleitung. Binde Zwardo in seinen Zwingergib in sein Lieblingsessen. Oh, er mag keine Pizza, sondern das Ding hier. Okay. Das kann ich mir nochmal kaufen. Aber erstmal muss ich ein bisschen laufen. Hier rüber. Level 4. Okay, reicht das jetzt? Bin ich jetzt endlich schnell genug? Ja, ich habe sie hingeschafft. Hallo, Sir, wer sind sie? Ich habe sie noch nie gesehen. Detektiv Bradley Beans ist allergisch gegen Mäuse. Okay, ich muss die richtige Reihenfolge finden. Aha! Ich habe es geschafft! Ich habe das versteckte Fach im Wartungsraum geöffnet. Wo ist der Wartungsraum? Ich versuche jetzt, das hier nochmal ein bisschen zu trainieren. Wenn ich gerade schon dabei bin, dieses Wasser hier zu trinken. Da kommen die Bösen! Böse, Böse, Böse! Oh nein! Kann ich den nicht für mich selbst benutzen? Äh, nein, nein! Nein! Uff! Okay. Runde 1 hat nicht geklappt. Ich versuche es nochmal. So, ich habe jetzt definitiv mehr Geschwindigkeit. So viel brauche ich nämlich, um auch hier an den Hund ranzukommen. Das wird dann nämlich empfohlen, dass man mindestens 4 hat. Und in dieser Runde mag der Hund Cookies. Und die habe ich mir gerade auch schon gekauft. Also bin ich jetzt inzwischen quasi genauso weit, wie ich vorhin war. Das hier ist übrigens, das lila, das ist alles Eis. Und da darf man nicht drauf ausrutschen. Deswegen muss man halt auch schneller sein. Jetzt hole ich mal hier den Cookie raus. Und das gibt es jetzt für diesen lieben Hund. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Twados. Twado, der Hund hat sich eurem Team angeschlossen. Hallo, ich habe es geschafft. Ich habe einen Hund. Also, ich habe in dieser Runde übrigens auch Larry, nicht Larry, den Onkel gerettet, Onkel Pete. Also irgendwie, ich mache hier alles scheinbar. und jetzt gehe ich noch ein bisschen auf Stärke. Okay, ich habe noch 30 Sekunden, bevor die Welle da ist. Schaffe ich das noch bis dahin? Es ist nicht ganz unrealistisch. Noch 18. Achso, warte. Ah, ah, die Klappe geht ja aber zu. Okay, dann, äh, dann wohl doch nicht. Schade. Wie kann man hier denn noch ein... Achso, den Detektiv. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt diese Runde noch gar nicht gemacht. Dann muss ich gleich gucken, dass ich da gleich nochmal hochkomme, weil, äh, und der ist allergisch gegen Mäuse. Das habe ich ja noch nicht so ganz verstanden. Hm. Okay. Okay, der Strom ist ausgefallen. Was willst du eigentlich? Finde den Generator draußen, um den Strom einzuschalten. Naja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Energie hier. Dann mache ich doch am besten mal das. Äh, nicht Energie, Schnelligkeit. Jetzt muss ich meine Energie verbrauchen, um einen neuen Strom zu holen. Kann mir vielleicht jemand helfen. Wäre ganz cool, wenn noch jemand dabei wäre. Weil jetzt verliere ich ja meine ganze Energie, wenn ich den Strom zurückholen will. Gibt es dann wenigstens eine Belohnung für? Bisher läuft mein ganzes Gameplay hier aber komplett anders als in Runde 1. Also, dieses Spiel hat auf jeden Fall viele verschiedene Sachen zu bieten und verschiedene Richtungen quasi, in die man gehen kann. Okay, super. Strom ist wieder an. Ich gehe wieder rein. Welle 3 kommt. Oh nein, ich bin auch gar nicht bereit. Wann kommen die? Ne, jetzt geht es schon alles zu, ne? Ach, schaffe ich auch nicht mehr, jetzt noch irgendwie zu trainieren. Mann, jetzt war ich auch gar nicht mehr ganz oben. Ich habe doch kaum noch Energie. Da muss ich mich noch einmal treffen, dann bin ich weg. Und das war's. Neuer Versuch. Okay, kleiner Einstieg wieder hier in der nächsten Runde. Ich habe inzwischen 5 Schnelligkeitslevel erreicht und jetzt kommt Welle 2. Ich hoffe, dass ich das jetzt auf jeden Fall überleben sollte, weil dann kann ich in der nächsten Runde einmal da hochspringen, vielleicht das Rätsel mit dem Detektiv lösen und ich muss auch noch den Hund holen. Dafür bin ich aber definitiv auch schnell genug, weil, äh, genau. Ach so, da muss ich aber erst nochmal das Geld ausgeben. Hä, wieso bin ich denn immer noch nicht schnell genug? Das kann doch gar nicht. Ich bin jetzt schon bei 5. Hä? Na geht doch. Hey. Okay. Also, Pizzaboss war irgendwie weiterhin. Oh, ich habe jetzt keine Zeit für. Wieso passieren dauernd Dinge? Warum macht denn sonst niemand hier irgendwas? Sind die jetzt einfach andere Bilder? Okay, geschafft. Ich habe irgendein geheimes... Ach so. Ah. Kriege ich ein Medical-Paket und Geld. Cool. Noch mehr Geld. Danke. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Hä, was ist das denn? Ja, da können auch noch andere hier hin. Ah, okay. Also, der Typ ist allergisch gegen Mäuse. Hier ist noch eine Leiter. Ach so. Ja, auch noch hier hin. Okay. Ich würde ihm gerne seine Medikamente... Ja. Dann nimm sie doch. Nimm sie doch. Ha, ich habe es geschafft. Sehr gut. Ah, danke. Ihr habt den Strom wieder angemacht. Zubi. Ich esse mal einen Apfel. Okay, ich versuche an die Eis... Ah, wieso gehe ich jetzt über das Eis? Warum ist der Detektiv denn nicht gekommen? Ich habe den doch geheilt. Und die Brücke dahin gemacht. Bäm, bäm, bäm. So, das hast du jetzt davon. Kann ich jetzt bitte nochmal rausgehen? Wie ist denn ein Energy Drink? Komm mit. Ah, jetzt ist der Hund nicht mal hier. Och, Mann. Das ist doch alles blöd. Aber gut. Wenigstens komme ich diesmal ein bisschen weiter und bin jetzt schon auf dem Weg zu Scary Mary. Sollte ich vielleicht noch mehr Kekse essen. Okay, die Sachen... Ich glaube, für das Secret Ending muss man die Sachen hier reintun. Wo auch immer die sich befinden. Bin ich hier noch irgendwas drin? Uh, eine Batterie. Ah, okay. Die muss da rein. Alles klar, verstanden. Was macht ihr da hinten? Äh? Warte, jetzt bin ich ja ganz alleine hier. Leute. Okay. Jetzt ist hier schon wieder zuge... ...gegangen. Ach nee, sie kommen alle. Okay. Frech. Eieiei. Es geht ja direkt los hier. Weg mit euch. Weg mit euch. Ah, und jetzt geht's los mit diesem verrückten Typen hier. Scary Larry ist zurück! Ah, wieso hat er mich erwischt? Ach, komm schon! Ah, ich hab echt... Ich hab einfach keine Energie mehr. Keiner kann mir helfen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich noch durchhalte. Ich bin genau an der gleichen Stelle, wo ich das letzte Mal leider verloren habe. Also alles, was ich dazu gelernt habe, hat anscheinend überhaupt nichts geholfen, weil ich genauso weit bin wie vorher. Cool. Okay, mein Medkasten ist leer. Ich hab übrigens den anderen noch geholfen. Das ist ganz cool. Oh, nein! Ich war so kurz vor dem Ende. Ich war so kurz vor dem Ende. Also das muss jetzt wirklich doch super kurz vor dem Ende gewesen sein. Larry hat schon um Hilfe gebeten. Mary hatte nur noch ein Herz. Leute. Ich glaub, das war's dann wieder für heute. Ich bin wenigstens ein bisschen weitergekommen. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Neues gelernt, was ich für eine weitere Runde auf jeden Fall nochmal nutzen kann. Aber für heute bin ich wirklich fix und fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios! Wir sehen uns beim nächsten Mal.